ja hallo zusammen willkommen mal wieder zu einer neuen folge bernavino heute mit der pfalz seidesheim war ein schöner urlaub damals ja sehr schön sehr schön und auch mit schöner kerber ein kerber auf dem weingut ja also weil das heim kann man eigentlich sehr empfehlen nämlich auch vom essen her und so die leute sind nett man muss halt auf die pfälzer küche stehen und bei einem weingut waren da wie gesagt hast dann auch quasi zum zu feiern ja einfach war das war schön was uns gleich aufgefallen ist man hat die weine eigentlich zum normalen preis bekommen hofpreis zum hofpreis auch im ausschrank fand ich so ein bisschen teurer aber okay jetzt schenken wir mal was ein oder ziemlich verdammt trocken hier also was haben wir heute auch so weingut trockene rieslinge gibt es heute genau von winning herr gottsacker deidesheimer herr gottsacker riesling erste lage herr gottsacker deidesheimer herr gottsacker deidesheimer herr gottsacker deidesheimer herr gottsacker von der farbe her ist es noch ein sehr frischer wein wobei der schon sehr starke mineralische noten hat oder er wirkt noch sehr frisch das war auch schon ein paar jahre auf der flasche zu 14 drei jahre frucht hat er auch also ich finde so den den weißen weinbergspfirsich den hat er und dann auch zitrusarum noch zitronenzesten und schmeckt er noch kommadrink wie findest du es sind fälzer das merkt man hat also die säure ist ist da der sehr trocken hat eine gewisse salzigkeit auch aber einen animierenden trinkfluss und der körper schreit automatisch wo bleibt der saumagen oder das ist ein bisschen verkanntes gericht das ist relativ gut boah der macht auf weißt du noch wie teuer der war ne aber wir haben ja noch die die technik im hintergrund die gerne mal einen deidesheimer herrkortsacker von winning erste lage mal nachschauen könnte aber ich glaube allzu billig war er nicht das erste lage würde ich sagen so 15 euro aufwärts ich glaube ein bisschen mehr aber ich finde es verblüffend wenn man so in den ich habe ja vor einigen wochen mal so alte weinführer angeschaut so aus den neunzigern und so und wenn man da nachgeschaut hat bei trockenem riesling wer da so an der spitze ist in deutschland das waren die pfälzer also und auch heute noch wenn man überlegt wie viele spitzen weingüter in der in der palt sind das sind schon einige die sammeln sich da auch so in der ecke so deidesheim so im umkreis sage ich jetzt mal so um 30 40 50 kilometer da sammelt sich das das kommt nicht genau nach deidesheimer herrgottsacker von winning wir machen hier gerade live recherche genau preise oder wie? genau 15,50 na dann lag ich gar nicht so verkehrt 15,50 aber ist schön für 15,50 also was sagt denn die technik im hintergrund zu dem wein? auch mineralisch gleich aufgefallen aber gut trinkbar ich habe die technik im nacken fällt mir gerade ein also das ist schon gut charakterisiert ja auch du würdest wahrscheinlich sagen fischbegleiter der kann glaube ich sehr viel also den würde ich auch zu fleisch essen der kann auch sparen den würdest du auch zu fleisch essen mit dem löffel den würde ich auch zu fleisch trinken ja also ich könnte mir sehr gut vorstellen geflügel ja aber auch zu deftigen schweinefleisch gerichten schweinefleisch sowieso total verkannt wenn es gut ist wenn es gut ist man muss halt schauen wie die tiere gelebt haben und so und was sie gefressen haben ja zweiter jetzt aber der zweite jetzt greifen wir richtig in die drei kiste als zweites gibt es das forster ungeheuer wahrscheinlich die bekannteste rieslinglage in der pfalz oder ja es gibt noch einige jesuitengarten forster ungeheuer großes gewächs 2013 wäre auch interessant zu wissen wie viel der kostet das ist leicht kriminell das ist irre ich würde mal sagen der hat holz großes holz ich würde auch sagen beide sind spontan verkoren ja aber ich glaube der herr altmann macht auch nichts anderes als spontan verkoren oder mhm jetzt weiß ich den vornamen nicht stefan ich glaube schon ach man mhm dürfte sich ja vom preis so um die 30 35 euro bewegen denke ich jetzt gucke ich jetzt forster ungeheuer da ist es ein große lage von winnie nochmal von winnie forster ungeheuer gg einfach krimine was habt ihr gewettet? 35 euro 27,50 das ist fair ja also vor allen dingen für das was man in Nase und Mund hat das ist ja Wahnsinn oder 29 ja so ungefähr da ist aber noch eine fruchtnote dabei aber ich finde auch so ein bisschen was würdest du sagen vom geruch her ich nehme mal an der ist auch auf kalk gewachsen oder ja meinst du so eine flintige note aber die ist relativ schnell weg aber es ist auch so ein bisschen bisschen was schwereres dabei finde ich jetzt nicht nur der Pfirsich das gibt trockenobst sowas so ein bisschen oder? super brains pfff pft pf pft pf pft 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 pf pft pf pft pf auch so was orange ist ja finde ich auch ein bisschen orangen schale aber so ein bisschen honig also ein kleines bisschen älter schon der die technik die technik ist ja noch ganz im trinken ja so ist das also ich muss sagen das ist auch ein sehr vielschichtiger riesling großes gewächs spielt finde ich schon in der großen liga mit der verändert sich total noch das ist auch so da gebe ich dir recht der also das ist jetzt ein wein den ich auch in die ganz große küche stecken würde ja also könnte ich mir auch sogar zu wild vorstellen der hat unheimlich kraft ist aber von von der säure her sehr angenehm also ich finde das ist nahe ich möchte jetzt nicht sagen am perfekten riesling aber es ist nahe dran was ich jetzt merke es kommen so exotische frucht haben durch immer mehr kokos bisschen kokos ist dabei so maracuja boah der macht immer mehr auf sollen wir mal einen cut machen machen mal einen kurzen cut geben dem mal ein bisschen zeit zum luft holen bis gleich so nach so einer luft holen pause für den weinen und uns genau hat noch ein bisschen aufgemacht kann man wirklich gut karafieren glaube ich was einem da so an exotik entgegen kommt ich finde es schon hammer das war ein gut wenig in der aktuellen form gibt es noch gar nicht so lang also natürlich die vorfahren die deinhard familie geht ja ins 18 jahrhundert glaube ich zurück ja und dann hat es einen schwiegersohn gegeben einen von wenig der es umbenannt hat ich glaube dass ein tod ist es veräußert worden dann durfte von wenig nicht mehr verwendet werden und erst wieder seit den 2000er jahren 2009 kann es sein 8 oder 8 ja und ähm alle weine werden spontan verborgen mit dem holz ausgebaut also jetzt nicht sehr moderne sondern eigentlich sehr traditionelle ausbauweise ist auch kein kleines weingut hat über 60 hektar aber was wir da im glas haben ist absolute spitzenklasse finde ich auf jeden fall ich finde wir kommen bei beiden leinen über die 40 wir müssen ja den ersten noch mal probieren ja aber jetzt gehen wir erstmal dem gg die punkte also ich sehe es schon über die 45 also ich sehe es auch ein bisschen deutlicher bei den 45 47 so was so die 48 hätte ich eben ja würde ich auch sagen also wir sind ja schon in der deutschen spitzenklasse drin ja und ich finde es halt beachtlich die rieslinge sind super wir haben sowieso ausprobiert die waren super weiß wo man aber auch nicht schlecht pino war nicht schlecht genau war eigentlich alles schon in der spitze und ja also von der bepunktung sehe ich es auch so der preis ist eigentlich auch fair für das was man absolut wer also 14 48 muss man auch den ersten nummer probieren das wird jetzt schwer ja jetzt sind wir beim herrgottsacker erste lage 2014 säure ist gleich straffer hat auch nicht diese exotischen aromen nein es ist wirklich so traditioneller ja also der weinbergspfirsich ist da und eben die mineralität die sehr durchkommt ja so ein bisschen was rauchiges hat auch was flintiges im geruch ja auch ein bisschen aufgemacht ja aber die säure die ist schon taff ja also da freut sich dann der felser leberkloß mit leberwurst und ja rieslingkraut ja also mir gefällt er auch ja und vom preis her sehr fair finde ich für das was geboten wird ja ich bin jetzt bei 44,45 ja finde ich auch sehr viel weinen fürs geld und macht einfach spaß ja ja und haben wir vorhin vielleicht nicht gesagt was mir auch gut gefällt sind die etiketten ja die haben irgendwie so ein bisschen was ja künstler ja das auf jeden fall verspielt verschnörkelt ja obwohl die weine jetzt eigentlich gar nicht so verspielt verschnörkelt sind sind eigentlich ziemlich geradeaus deutsche rieslinge ja sind wir schon durch oder ja aber zufrieden durch ich meine wir haben ja heute sind ja an den punkten schon ein bisschen spaß gehabt dabei ja also wir haben deutsche spitzenklasse probiert schon und auch vom preis leistungs verhältnis sind wir hier ziemlich gut ist meine meinung ja ja also trinkt ruhig ein bisschen mehr riesling ja wir machen das auch ab und zu genau und geht auch mal in die palz ja nette leute gutes essen super reine lange lebe wie palz ja dor darf ruin d Vielen Dank.